Herzlich Willkommen hier im Remote Operations Center in Wuppertal bei Riegel Communications. Mein Name ist Carsten Konrad, ich bin Head of Intercom Product Management und habe die große Ehre und das große Vergnügen mit meinem Team die Intercom Produkte von Riegel betreuen zu dürfen, aus Sicht des Produktmanagements. Wir sind heute hier um uns das Smart Panel und die Smart Panel Familie etwas näher im Detail anzuschauen. Seit 2015 gibt es bei Riegel die Smart Panel Familie, es hat zunächst begonnen mit dem 2318 Smart Panel, dem RSP2318, was man hier auch im Hintergrund sieht und seit 2018 haben wir jetzt die 1200er Panel Serie auf dem Markt, unser Flagship High-Tier Panel, wie wir es auch nennen, mit dem hybriden Leverkey hier. Die Analogie des Smart Panels liegt nahe, früher haben wir Telefone benutzt, heute benutzen wir Smartphone, früher haben wir reine Intercom Sprechstellen benutzt, heute benutzen wir Smart Panel. Panel User Interfaces, die in der Lage sind, mehrere Applikationen zu beheimaten und dem User die Möglichkeit bieten, eben verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun. Wichtig zu wissen ist, dass die unterschiedlichen Applikationen, die es für das Smart Panel gibt, nicht ein Device oder ein anderes Device daraus machen, sondern es ist immer alles zur gleichen Zeit. Also es kann eine Intercom-Sprechstelle sein, es kann ein Audio-Monitor sein und es kann ein Control Panel sein, aber auch alles zur gleichen Zeit. Das heißt, auch wenn ich im Kontroll-Layer unterwegs bin oder auf dem Audio-Monitor, wie man ihn jetzt hier gerade sieht, dann ist es immer noch ein Intercom-Panel und meine Intercom-Rufe können mich erreichen. Die 1200er Smart Panel Serie selbst ist recht potent, hat einen eingebauten Mischer und gibt uns die Möglichkeit für AS760-Verbindungen auch im 2022-7, also redundanten Modus. Darüber hinaus unterstützen wir den Synthon-Modus, sodass das Panel auch über Netzwerkgrenzen hinweg in nicht synchronisierten Netzwerken verwendet werden kann, auch über Weitverkehrsnetze hinweg tatsächlich. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass wir AS760-Audiodatenströme direkt aus dem Netzwerk auf dem Panel mischen können, abonnieren können. Man kann sogar hergehen und kann weiterhin die analogen Schnittstellen verwenden. Also das Panel beinhaltet im Prinzip A67 zu Analog-Konverter und das Audio kann natürlich auch über die Kommandoanlage verarbeitet werden. Ab dem Frühjahr 2023 werden wir für das Smart Panel der 1200er Serie auch eine Audio-Monitoring-Applikation bereitstellen, die es ermöglicht, bis zu 16 Stereo-Datenströme direkt auf dem Panel zu mischen, zusammen mit Intercom. Das Spannende und das Einzigartige hier ist, dass wir nun zum ersten Mal in der Lage sind, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, das Interapplikationsverhalten zwischen einer Audio-Monitoring-Funktion und einer Intercom-Funktion zu definieren. Das bedeutet, dass selbst wenn ich mich gerade im Audio-Monitor befinde und Audio abhöre und ein Intercom-Ruf kommt rein, kann ich ganz gezielt das Audio wegducken, so ähnlich wegdimmen, so ähnlich wie bei einem AFB-Workflow, was natürlich sonst nicht funktioniert, wenn ich dedizierte, separate Geräte habe. In die andere Richtung, wenn ich mich nun wirklich konzentrieren muss und ich möchte einen Solo auf einen Audio-Datenstrom machen, dann kann ich dies tun und kann dabei sogar definieren, dass Intercom-Rufe mich dabei nicht unterbrechen. Diese Wechselwirkung zwischen zwei Applikationen auf einem Gerät ist in der Form einzigartig, weil es eben kein anderes Gerät gibt, dass Intercom und Audio-Monitoring so kombiniert. Darüber hinaus unterstützt der Audio-Monitor auf jedem seiner 16 Kanäle, die übrigens alle parallel abonniert werden und theoretisch aus einer Liste von bis zu 256 Quellen ausgewählt werden können. Auf dem, wir nennen es Secondary Function-Drawer, die Möglichkeit, einzelne Signale zu isolieren, also nur die linke Seite zu hören, nur die rechte Seite zu hören oder einen Monokompatibilitäts-Check durchzuführen. All das sind Standardfunktionen der Audio-Monitoring- Applikation. Hinzu kommt natürlich Level-Meter inklusive Peak-Metering und Signalisierung des Level-Überschreitens durch rote LEDs, im Moment die unten noch farbig dargestellt, die dem User dann klar und eindeutig mitteilen, was mit dem Audio-Signal gerade vor sich geht. Wir haben uns gerade die Audio-Monitoring-App ein bisschen im Detail angeschaut. Ich würde jetzt noch mal auf die Intercom-App zurückwechseln. Das ist natürlich unser Kerngeschäft und war die erste Applikation, die es für das Gerät gibt. Dazu kann man einfach hier über den Infoscreen auf die Keybank der Intercom-Applikation wechseln. Man sieht sofort, wie lustig bunt das hier gerade wird. Wir haben das natürlich jetzt für plakative Zwecke so ein bisschen konfiguriert. Das Interessante daran ist, dass wir mit dem 1200er Panel versuchen, noch mehr für die Person, für den kreativen Nutzer vor der Sprechstelle, vor dem Intercom-Device zu machen, indem wir die Person versuchen, zu führen, zu guiden. Was viele unserer Kunden heutzutage tun, ist, sie definieren eine Farbe für einen gewissen Typ von Ruf. Wenn ich ein Einzelgespräch führen möchte, dann habe ich zum Beispiel gelbe Knöpfe. Wenn ich einen Gruppenruf durchführen möchte, kann ich blau konfigurieren. Das hilft, dem User ungemein Fokus zu generieren, vor dem Device nicht erstmal alle Sachen durchzulesen, alle Texte zu lesen, sondern direkt, ich möchte einen Gruppenruf auf die Partyline, auf die Gruppe Kameraleute machen, dann kann ich mich direkt hier auf die blauen Felder konzentrieren und kann dann durch ein einfaches Lever-Down den Gruppenruf ausführen. Darüber hinaus unterstützen wir unterschiedliche Betriebsmodi. Wir unterscheiden hier in den Talk-Listen-Mode und den Talk-Mute-Mode. Der Talk-Listen-Mode ist der typische Lever-Key-Workflow, wo der Lever-Down eine Operation ausführt, in der Regel eine Talk, eine Call-Operation und der Lever-Up eine Listen-Operation, also das Mithören einer definierten Quelle, wohingegen der Talk-Mute-Modus beim Lever-Down einen Ruf ausführt und beim Lever-Up die Mute-Funktion ausführt. Auch hier in der Intercom-Applikation haben wir die Möglichkeit, denn das hier sind alles Touchscreens, über einen Long-Press, den sogenannten Secondary Function-Draw, also die Liste der Zweitfunktionen für einzelne Dinge aufzurufen, für einzelne Funktionen, einzelne konfiguratorische Elemente des UIs, die uns darüber hinaus dann eben die Möglichkeit geben, die Lautstärke zu normalisieren, auch hier ein Listen zu aktivieren oder gar zu editieren. Editieren in dem Fall zum Beispiel eine Scroll-Liste, das heißt, ich kann einzelne Tasten als Scroll-Listen-Tasten konfigurieren und kann dann hier über eine einfache Swipe-Operation auf dem Info-Screen ein neues Ziel auswählen und damit die Konfiguration just in time am Panel direkt editieren. Jedes Panel der 1200er Serie verfügt über entweder 16 oder 32 sogenannte hybride Lever-Keys. Der hybride Lever-Key ist eine Eigenentwicklung von Riedl, patentierte Eigenentwicklung. Es ist eine Mischung aus einem Lever-Key, also dem klassischen Hoch- und Runter-Key, wie man ihn auch von anderen Geräten kennt, und einem eingebauten Drehenkoder, der sich drehen und drücken lässt, um zum Beispiel eine Mute-Funktion auszuführen. Hier sehen wir jetzt im Detail die Audio-Monitoring-App, die AMA, wie wir sie intern nennen, mit ihren 16 Eingangsquellen, teilweise Stereo, teilweise Mono. Über eine einfache Lever-Up-Operation kann man dann eine Quelle auswählen, um ihr eben zuzuhören. Man sieht sofort, dass die Levelmeter ihre Farbe ändern, dass die Quelle an Farbe gewinnt. Ich generiere Fokus und das ist generell ein wichtiger Punkt für uns, dass wir für den kreativen Nutzer vor der Sprechstelle Fokus generieren, dass man genau weiß, von welcher Stelle die eigentliche Audioquelle jetzt gerade eingespielt wird. In dem Fall haben wir hier eine Sprache, die eingestimmt wird mit dem Pegel, wie man ihn hier sieht, auf dem Levelmeter. Über den Secondary Function Drawer bekomme ich dann Zugriff auf verschiedene Funktionen. Dazu gehört einmal die Möglichkeit, einzelne Lags des Streams zu isolieren. Also wir hören jetzt nur den linken Kanal oder man kann sagen, wir hören nur den rechten Kanal oder man kann natürlich auch dann wieder auf Stereo wechseln und zusätzlich haben wir die Funktion, eine Monosumme, einen Monokompatibilitäts-Check durchzuführen, der uns die Möglichkeit gibt, zu sehen, ob eben Phasenverschiebungen das Signal unbrauchbar machen oder nicht. Hier auf der rechten Seite, auch als kapazitiver Touchscreen ausgeführt, sehen wir das sogenannte Info-Display, das uns Zugriff auf die verschiedenen Applikationen gibt. Wir können jetzt einfach durch eine Touch-Operation auf die Intercom-App umschalten. Hier sehen wir jetzt eine Konfiguration, wie wir sie in verschiedenen Live-Events verwenden. Immer sehr hilfreich, auch wieder um Fokus zu generieren für den Anwender vor der Sprechstelle, ist die Farbcodierung für verschiedene Funktionen. Hier in dem Fall weiß man zum Beispiel, dass Gruppen-Partyline-Rufe, Konferenzrufe immer blau sind. So kann ich dem Benutzer vor der Sprechstelle schon helfen, während des eigentlichen Jobs den Fokus zu generieren auf das, was er durchführen möchte. Auch hier unterstützen wir natürlich über den Touchscreen den Secondary Function Drawer und ermöglichen es dem Benutzer der Sprechstelle, Zugriff auf Standard-Secondary Functions zu bekommen, die nicht in der Regel direkt im Fokus liegen. Über einen Long Press kann ich hier zum Beispiel das Destination anpiepen oder gar bei Scrolllisten-Tasten die Konfiguration einer Taste ändern. Ist dies der Fall, wird dann im Info-Display, werden meine Destinations ausgewählt und ich kann hier einfach durch eine Scroll-and-Swipe-Operation das neue Ziel auf die Taste konfigurieren. Eine Neuerung, die wir hier sehen, die natürlich für die Audio-Monitoring-App wieder sehr interessant wird, ist, das sehen wir hier. Wir haben hier einen Mehr-Pin-XLR-Einsatz, in diesem Fall ein 7-Pin-XLR-Einsatz. Der 7-Pin-XLR-Einsatz ermöglicht es uns, ein Stereo-Headset anzuschließen, sodass man eben nicht nur Mono-Intercom hat, sondern auch wieder über die Audio-Monitoring-App ein Stereo-Signal abhören kann. Das Gleiche wird im Übrigen auch über die hinteren Anschlüsse herausgeführt. Die dritte Applikation im Bunde sozusagen, die wir tatsächlich seit 2021 bereits im Produktportfolio haben, ist die sogenannte Control-Panel-Applikation. Dies ermöglicht, das 1200er-Panel als Standard-Control-Panel mit jedem kompatiblen Broadcast-Control, Third-Party-Control-System zu verwenden. Bedeutet, alle Tasten und Display-Elemente dieses Panels werden als NMOS ISO 7 kompatible Schnittstellen, Eingänge und Ausgänge bereitgestellt und Kontrollsysteme können sich dieser bedienen. Wir haben erfolgreiche Integrationen mit DataMiner, Skyline. Wir haben erfolgreiche Integrationen mit Pebble Beach. Wir haben erfolgreiche Integrationen mit Hi, Cerebrum und hoffen auch auf viele weitere Kooperationen hier. Es ist ein offener Standard. Jeder kann, jedes Gerät, das NMOS ISO 7 versteht, kann über unsere Sprechstelle, über unser Smart-Panel, denn es ist mehr als eine Sprechstelle, gesteuert werden. Mit der Intercom-Applikation, der Control-Panel-Applikation und der Audio-Monitoring- Applikation sind die Möglichkeiten des Panels natürlich bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Und wir freuen uns auf weitere Kooperationen und Möglichkeiten, was wir noch so alles mit unserem Smart-Panel machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und für Ihr Interesse. Ich hoffe, ich konnte Sie für unsere Smart-Panel-Familie begeistern. Wir freuen uns auf Fragen, auf Anregungen und natürlich das Leben unserer Kunden weiter zu erleichtern, indem wir noch tolle Workflows hier implementieren. Und ich freue mich auf jede Anregung und jedes Feedback. Herzlichen Dank.